So, Achtung! Geh los mit 50 Puppen. Geht gleich auf den Joker. 250. Plus 60 sind 310. Plus 90 sind 400 Puppe. Plus 80 sind 480. Plus 100. 580, jetzt nochmal den Joker. 780. Plus 70 sind 850. Nochmal 70 sind 920. Und nochmal sind 1000. Der zählt nicht mehr, jetzt nur noch die Linie. 1000.